Hallo liebe Leutchen, willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir sind hier bei dem Jäger stehen geblieben, der ein paar Aufträge für uns hat bzw. eine Art Prüfung und die werde ich mal machen, weil ich brauche Levels, damit die A-Line nicht dauernd abkratzen wird bzw. damit ich sie nicht die ganze Zeit abkratzen lasse. Ja, ich hoffe ich verkack das nicht. Verschienen sind anfälliger für Schaden, wenn sie eingefahren sind. Aha, okay, gut zu wissen. So, dann stecke ich das hier mal ab. Controller ist eh aufgeladen. Eis vor Maschinen brüchig zu machen. Aha, durch Eis werden Maschinen brüchig. Ich verstehe. So, okay. Dann würde ich sagen, machen wir das gleich mal, oder? Okay, ich habe gedacht, ich höre da nichts auf meinem anderen Kopfhörer. Was heißt denn noch einmal? Holzstapelprüfung, Sprengdrahtprüfung, was ist das? Aha. Okay. 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 Komm, komm, komm. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Dreh dich wieder um. Um. Shit. Ich bin nicht da. Komm schon! Nicht zu viel Zeit! Ach komm! Ich hab doch genau auf den Behälter geschossen und ich hab die Prüfung verkackt! Great! Oh, ein... ein bisschen... Was? Was? Ich jetzt Zeit gehabt? Boah, der macht Auge! Na komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Oh, Gott sei Dank! What the fuck bin ich schlecht und langsam! Okay! Ich werde mal alles aufsammeln! Bin ich die Beste? Ich weiß! Ich weiß! I'm so sorry! So, Moment! Schwuchs! Ähm... War süß! Ich wollte aufsammeln! Gibt's nichts mehr zum aussammeln oder was? Na toll! Voll verkackt! I'm an idiot! I know! I know! I'm sorry! Wo ist der Schnee? Ist das nicht Asche? Oder ist das Schnee? Ist das echt Schnee? Was? Dich hab' ich one shot at, bitch! So, komm ich da... Kann ich da wieder raufklettern? Oder muss ich da rauflaufen? Ah, Moment hier! Schubdiwup! Prüfung abgeschlossen. Ja, aber nicht wirklich geschafft, hm? I'm sorry. Hoppla. Ah. Okay, so ist das. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist, aber... Ich weiß nicht, was das ist, aber... Ich weiß nicht, was das ist. Mit Sprengfall, hm? Hoppla. Ich weiß nicht. Bäume, die umfallen. Bäume, die umfallen. Das heißt, die müssen da langlaufen, oder was? Huh, nechter. Gut, der ist dead. Wie geh'n das Bäume umfallen lassen? Auf die Stämme schießen? Aber mit was schießen? Mit dem Pfeil? Mit der Schleuder? Wo ist der Kackbächter? Also... Boah, der Wächter da geht mal am Arsch! Ach, diese Stände oder was? Nee. Hä? Was? Nee. Hä? Holzstapel fallen. Ja, wie denn? Er hat doch gesagt, ich muss da drauf schießen oder nicht. Kenn' mich nicht daraus. Ach, die soll ich da durchjagen? Moment. Wie, wie geht'n das? Ah! Schieß auf die Stämme! Ah! Ah! Ja gut. Toll. Das sagt mir ja keiner. Bin ich da? Äh... Puh. Okay. Okay. Was soll man das denn wissen? Hm. Yay! Made it! Ich hab das, das bis hier unten geholt. Oh, nein doch nicht. Ah! Ah! Du bist mal am Arsch, Schwester! Ah! Zu früh, zu früh! Crap it! Ah! Zu früh, zu früh! Nein! Ich wollte da aufschießen! Scheiße! 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 Fuck it! Nein! Ah! Noch nicht! Was? Mann! Was soll man denn sowas wissen, ey? Geh weg! Ja, komm! Von dem Hotspot da oben hätt ich's auch gewusst! Von dem Hotspot da oben hätt ich's auch gewusst! Muss da irgendwen durchglocken! Boah, sind die langsam! Was ist?! Scheiße! Scheiße! Alter, echt jetzt? Ah, fuck! Sind ja fast alle... weg! Oder drüben sind noch welche? Scheiße! Mann, bin ich unfähig! weg! Aber so richtig auch noch! Was? Toll! Mann, ich bin richtig unfähig! Sind fast alle schon ausgelöst! Was geht mit dir? Was geht mit dir? weh? Okay, okay! Okay! Ich habe es eingeschafft! Und die Feinden sind fast alle nicht mehr da! Ah, jetzt bin ich da drüben, komm ich da rüber, komm ich da rüber. Nein! Okay, den hab ich. Okay, gibt's hier noch eine Falle? Irgendwo? Oh, da drüben. Fuck! Ähm, geh weg. So. Loll, was geht mit ihnen? Warum nicht? Er ist auf der Lange laufen. Fuck it! Komm, komm, komm! Komm her! Boah, das musste ja auch einmal einer sagen, dass du das so machen musst. Shit! Echt, jetzt mal! Shit, shit, shit! Ja! Ich hab's geschafft! Spät, aber doch! What the fuck? Oh, Mann! Fuck me, wirklich! Mann! Ja, boah! Ich lose hier so ab! Was ist das für ein rotes Licht? Achso! Das ist die Abenddämmerung, okay! Ein bisschen looten! Ach Gott, na! Fuck me, wirklich! Hoppala! 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 Ah! Ah! Slowmotion! Das hätte ich auch wesentlich besser machen können! Hätte ich gewusst! Ich dachte einmal vielleicht Bäume! Gib mir! Gib mir Fleisch! Äh! 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 Und nicht, äh... Diese Baumstämme hier! Ja, manchmal wird dumm! Dämlich! Ich hab's geschafft! In knapp zehn Minuten! Ich hab's geschafft! In knapp zehn Minuten! So, was ist das? Okay! 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 So, Moment! Ich hab' ja Kissen bekommen! Äh! Blablablabla! Was ist denn denn noch? Okay! Ich habe halt Fertigkeit. Punkt. Kann nichts damit tun. Jagen für die Loge. Ach so. Ne. City Quest, die ich gerade mache. So. Karchelschleuder, hat er gesagt, hat der Typ. Warte mal, habe ich nichts. Stolperfalle, okay. So, du verkaufst die, habe ich gehört. So, die Karchelschleuder. Stolperfalle. Was ist denn die Schattenschleuder? Aha, okay. So. Nein. Ich glaube. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, ich habe gerade einen Schaß gemacht. Fuck. Äh. Muss man hier das verkaufen. So, was bist du? Scheiße. Oh scheiße. So. Ja, da glaube ich. Ne. Schleuder habe ich ja schon. Er trägt Munition. Ah, Sprengdraht. Äh, Sprengdraht. Ich glaube, ich war das. Okay, Moment. Ah, lass mich aufs Speichel. So, Karja, Stolperfalle. So, Karja, Stolperfalle. So, mit der Karchelschle. Stolperfalle. To see. Okay. Okay. Dann gehen wir noch hier rüber. Ah, ist das zu weit oder was? Okay, das geht. Okay, pfui! Das geht. Ist nicht. Ah, oh ja, ist grün. Ah, kann ich die nicht damit abschießen? Nee, kann ich nicht. Das geht. Oh, schwer, diese Kackwächter. Was? Wirklich? Oh, okay. Hier sie kommen. Wow! Da hast du dich auch ein bisschen kalkuliert, Freundschaft. Okay, zwei von sechs habe ich erledigt. Sind da vollkommen durchgebreitet? Sind da vollkommen durchgebreitet? Ja, eh klar. Au! Ah, ich sehe nichts mehr. SP sind XP! Ist mir egal. Wie kommt es da irgendwann wieder her? Hier, wo sind sie? Da oben, okay. Und dann wir das? Wirklich? 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 Okay, dann kommen wir vor. So, da müssten dann vier durchlaufen. Wenn ich von oben komme, oder? Oder von der Seite zumindest. Laufen sie, laufen sie! Ah! Bam! Fuck you! Yes! Eine ganze Sonne! Die erste Sonne meines Lebens! Die erste ganze Sonne! Oh! Kaninchen habe ich auch bekommen! Ah, mit Kaninchen! Okay, das kriege ich nicht. Schön alles aussammeln. Ja, ja! Runter! Was sind solche? Runter! Grund! Grund! Okay, da geht's! Hab ich da was vergessen? Ja, ich hab fast sowas vergessen! Eh! So! Eh! Oh! Da ist keiner durchgelaufen! Scheiße! Na gut! Oh, ne! Dahin! Ja! Meine erste Sonne! Und ich hab unnötig Stolperdraht verbraucht! Dalalalala! Und herrne Orientierung sind! Dalalalala! Und das tut so weh! Was ist mit dir? Eiloi! Ich will immer Aloi, Aloi oder Aloi sein! Eh! Ich hab ne Sonne! Ich hab ne Sonne! Lob mich! Lob mich! Ich glaub mich! Oh! 5.000! Oh! Das weiß ich nicht! Nein! Das lassen wir mal! Komm back, wenn du bereit bist! Das lassen wir mal vorerst! Ich mein, ich hätt gern trotzdem noch ne Sonne! Muss ich gestehn! Warte! Vielleicht kann ich einen Beutel mal modden! Ah! Ah! Fischgräten brauch ich! Warte! 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 Ich sag kacke! Warte! Das sind Schirme! So! Was ist jetzt im Tutorial? Hat's natürlich nicht genommen. So ein Drecke. Gut. Äh, ups. Bam. So, muss ich die halt mal so kriegen. Okay. Ah, fuck. Falsch. So. Wollen wir hier mal die Ausgänge versperren? Huh. Ach, da ist nur einer? Ich dachte, das sind mehrere Kacke. Und deine zählt. Und da ist noch einer. Ah, wie könnte ich den kriegen? Vielleicht. So. Ah, das ist viel zu hoch, oder? Ah, das ist viel zu hoch. Ah, das ist viel zu hoch. Also. Ah, das ist viel zu hoch. Okay, zwei. Und noch einer. Oh, warte, was haben wir hier? Ein bisschen was zum Auffrischen von meinem Medizinbeutel. Nein. Ach so, Stein. Okay, mir fehlt noch ein Graser. Dann habe ich das auch geschafft. Ich bin vielleicht sogar level 12. Alles aufsammeln. Alles. Uh, da ist aber viel. Da ist voll reingelaufen. In die Falle. Was ist das? Geh ich nicht. Das sind Giraffen. Maschinen-Giraffen oder so. Komm, schneller. Schneller. Ah, dafür ist es okay. Moment, ich mache noch schnell hier das Tutorial fertig. Dann kannst du gleich dorthin gehen und das gehen. Okay, Aloy. Aloy. Ich habe Aloy gesagt. Der nicht Aloy. Wollte ich jetzt nur gerade anmerken. Okay, ich brauche einen Graser. Wo ist hier noch ein Graser? Boom. Eh, eh. Deshalb leuchtet das so. Okay. Ich bin hier. Ich bin hier. Ah, das war nicht immer. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Wo? Äh, du bist es nicht, du grunst doch nicht zu laut, oder? Da ist einer, okay. Okay, da rennen wir. Wir sperren hier den Weg ab. Hoffe ich halt. Und ich komme von unten. Ich verschwende hier ziemlich viele Fallen, aber ist egal, ich kann sie wieder herstellen. Okay, so. Ja, falls du mich angreifst, renne ich einfach da durch. Da ist nochmal eine alte Falle. Komm. Komm, komm, komm. Lauf, lauf. Lauf doch. Yes. Dankeschön. 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 Oh, okay. Wir fehlen doch noch 2.000. Wir fehlen doch noch 2.000. Ja, pfff! Das muss nicht immer careful sein. So, gehen wir mal gut hin. Oh, ist das schön? Ist das nicht schön? Ist das voll schön. So, was ist hier? Und wie kann das Signal laufende übertragen? Was ist das? Ist das so ein Signal? Wo ist der? Oh. 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 Oh, da ist er. Ui. Kann ich da raufklettern? Kann ich raufklettern? Spring auf den Rücken des Langhalses. Okay. Warte, da müsste ich sicher irgendwo raufkommen. Oh. So, wie kann ich denn da rauf springen, Eli? Kannst du mir da mal helfen? Was für ein fettes Ding. Uiuiuiui. Bäm. 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 Was haben wir da unten? Klettergriff. Okay. Moment. Hat der unten auch Klettergriffe? Am Körper? Nein, hat er nicht. Ich muss auf den Rücken drauf. Okay. Warte. Die Frage ist wie. Schau mal. Ah, da drüben. Jetzt warte doch mal. Oh fuck. Boah, du hast mich erschreckt. Bist du behinder? Ich weiß ja nicht, dass der... So, ich glaub von hier sollte ich doch auf so'n Rücken springen können, oder? Das war glaub ich dumm. Das war dumm. Das war's nicht. Ich hab noch eben gut... Oh. Ja, leg mich. Nooo! Oh fuck it, jetzt war ich zu spät, wegen euch scheiß Wächtern. Oh, wie viele sind denn da? Ist dem eh scheißegal, der rennt da einfach vier, seine Runden. Kommt er? Kommt er wieder? Ich würde ihn ja markieren. Okay. Entweder hier oder hier. Ich werde es hier mal versuchen, wenn er dann da ist. Was für ein riesen Vieh. Mit einem UFO als Kopf. Das ist vielleicht nicht so toll für ihn. Moment. Jetzt kann ich glaube ich endlich... Yes. Jetzt kann ich die auch endlich hören. So. Hi. Okay. Kann ich auf deinen Rücken springen? Yes. Okay. Okay. So. Okay. Okay. So. Oh The fuck? Eine Karte? Ah, da bekomme ich Infos. Das ist nice. Oh Uiuiuiuiui Das ist natürlich nice. Ich glaube da war ich schon. Kann das sein? Mutterswacht, da war ich schon. Ui Ich glaube 7500 EP bekommen. Geil. So, Moment. Jetzt habe ich drei Punkte. Jetzt kann ich... Lange Ausweichrolle. Schwere Sperrengriff schlagen. Maschinen schneller nieder. Verlänger die Überbrücke von Maschinen auf unbegrenzte Zeit. Das klingt doch gut. Mach ich zwar nie, aber wir nehmen es mal. Bist ein guter. Bist ein guter. Ui Datenpunkt. Hex-Datenpunkte von Maschinen. Okay. Okay. So, okay. Jetzt gehen wir mal da zu... Zu die... äh, nicht die Vala. Wen muss ich das suchen? Genau, die Sona. Die Sona ist das. Ja. Die holen wir uns jetzt. Kriegen können wir noch ein bisschen, äh, leveln. Der merkt doch gar nichts, ne? Dreht hier seine Runden. Ist mir einfach scheißegal. So. So, speichern. Okay. Ein bisschen Medizinbeutel wieder auffrischen. Ich muss die... ich muss diese kack Tränke verwenden. Ich die... Medizin-Dinger. Oh, ein Wächter. Du, du siehst mich nicht. Ich bin nicht da. Oh, noch ein Wächter. Wann sind wir so viele Wächter? Ach komm mal! Hör auf dich zu viel zu bewegen! Bitte nicht! Okay! So, wo ist jetzt der Graser? Keine Ahnung. Ah, bleib hier. Ich brauch Fische. Okay, ich geh zum Schlachtfeld. So. Okay. Was ist dort? Ah, schaut nicht gut aus. Aber zuerst. Ah, Maschine Real Graser, okay. Das sind aber schöne Pflanzen. Wenn auch irgendwo Fischi ist in der Nähe. Lachs. Achso, hoppla, da ist er schon tot. So, Moment, ich sammle das hier noch schnell ein. Fisch, Fisch, Fisch. Fischgräten. Unter uns sind Wächter. Jedes Mal, wie ich das sage, ich bin in der Matrix. Das ist so cool. Also, im Spiel. Nicht in echt. Ihr wisst schon. Spielmäßig. Aber okay, da ist eine Quest. Da ist jemand mit einer Quest. Da höre ich irgendwann Graser grunzen. So, jetzt wieder an. Mit der Teambeute, die das schön grösser wird. Den hätte ich übrigens auch upgraden können. Ich voll Idiot. Habe ich natürlich nicht daran gedacht. So, ist das jetzt. Hallo. Oh, das sind's. Ist aber nicht nur eine Leiche, das sind mehrere Leichen. Hallo. Oh, hi. Oh, hi. Wer war er? Ein Fisch. Ein Schlaver. 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 Für alle hat mir gesagt, dass es ein Schlaver auf der Straße gibt. Das ist nicht alles gut. Sie kommen nicht immer zu dir. Sie kommen aus dem Kampen. Und dort sitzen sie wie ein Schlaver. Unless... jemand macht etwas darüber. Ich liebe dich. Segen die Schlaver auf der anderen Seite der Ruhe. Ich bin da. Okay. Wie kannst du dort sein, wenn du hier bist? Du stehst hier vor mir. Aber okay, machen wir das zuerst. Dann suchen wir die Ding und dann die. Jetzt aber den Rauchschwamm. Was ist? Rede mit Neil. Ich habe doch mit ihm gerade geredet. Das ist immer eine schöne Reflexion. Diese Erinnerungen. So. Darüber war ich so nah beim Schlachtfeld. Ach. Hallo. Ähm. Du siehst mich nicht. Du weißt nicht, dass ich da bin. Oh. 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 Du hast mich nie gesehen. Oh. 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 Okay, mein Ohr juckt. So. Okay, wiii. Moment. Oh, ein Graser. Oh, mehrere Graser. So, wie die oben links ist das denn? Oh, das sind mehrere. Ja, ja, ich will ja nichts sagen, aber der da links ist eigentlich näher zu mir hin, ne? Wollte ich nur mal gesagt, denn von dem kriege ich gute P. Alles okay. Hallo. Hallo. Oh, der ist aber weit geflogen. Ja, put 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 put. Beer, good boy. Boah, ich bin so richtig sichtbar. Wie ist der Wester? Wie ist der Wester? Da ist die jene. Das ist die jene. Sie sind tot. Komm her, komm! Komm! Komm, komm! Der andere hat nichts gesehen! Komm! Da liegen nur deine toten Kameraden! Das hat nichts damit zu tun! Das ist vollkommen ungefährlich! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Das ist leider! Okay, wohin? Hier hin? Okay! Was zum... Also diese Zeit, das zeigt mir nur den Weg, wie ich hingehen muss! Ich renne einfach mal, wer fällt ein... Du... Naja, da vorne ist er ja schon! Hey Neil! Aber... Aber... Hallo! Ich bin... 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 Das ist mir... Ich bin... Ich bin... Wirfinden... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Okay, jemand muss sie verhindern, von anderen zu verhindern. Und wir werden. Wir werden sie verhindern, von anderen zu verhindern. Es ist sicher, dass sie ein bisschen schreien. Gehen Sie bitte den Weg. Ich freue mich darauf, zu sehen, was Sie sind. Der hat irgendwie was. Ich müsste seine Haare sehen, damit ich weiß, aber gut, schade oder nicht? Ich sehe so eine Locken, so Pssst, Locken. Lass die Alarm. Lass sie so sein, dass sie morgen kommen. Es ist ein Geist. Und wenn Sie das heroische Kind brauchen, dann sind Sie die Kapptus. Sehr tolle Figuren, Hauptsache. Okay, ich muss irgendwie den da oben headshotten. Was macht er jetzt eigentlich? Macht gar nichts, oder? Krass, krass, krass. Schnell, schnell, schnell. So. Okay. Ah, da ist er. Headshot. Bleib still. Okay. Okay, der ist hinüber. Was zur Hölle? Den hat keiner gesehen. Es sieht, wie wir einen kalten. Oh! Eine kalten? Oh! Na, gefällst du hier im Gras? Was ist das? Okay, dann kommt hier noch einer. Den erledigen wir doch auch gleich. Nein, deshalb stellen wir noch Pfeile her, weil wir es so gut können. Was machst du hier eigentlich? Du tust dich gerade erleichtern, oder? Ja, äh, äh. Und tschüss. Okay, da oben rennt einer rum. Was ist das? Ah, das ist das Alarmsystem. Okay, der da oben könnte uns noch sehen. Oh, Lüte. Nicht zu viel. Was dem? Nö. Ah, okay, der muss scherben. Okay. Und schnell zurück. Ins Gras. Ah, tust du doch immer Pissen? Ah, nein, darfst du. Ah, okay, hier. Kann ich den von hier treffen? Ja! Ich kann! Ich kann! Okay. Was ist mit dem da, der da steht? Ah, okay, der geht gerade runter. Nee, der andere geht gerade runter. Äh. Äh. Shit. Oh ja, come on. Come on. Come in. Come to the party. We're here. Das ist so... Das ist doch so dumm. Was... Was ist das für eine Logik für KI? Leute sterben die ganze Zeit. Und... Ich massakriere einen nach dem anderen. Keiner merkt was. Und wenn doch so... Oh mein Gott, ich werde angeschossen. Ich gehe ganz allein hier raus. Weil ich bin super awesome. Oder so. Klaro. Weiß nicht. So, jetzt war der Alarm. Okay. Oh, da haben wir den Gefangenen. Okay. Wie machen wir das am besten? Gibt das irgendwas? Kann ich das anzünden? Warte mal, ich könnte so eine... Sprengfalle machen. Von hier bis da. Was ist das? Ein Lagerfeuer. Okay. Toll. Ganz toll. So, warte. Ich geh jetzt mal da rauf. Und... Schau mal, ob ich hier was sehe. Nein! Okay. Kann ich hier irgendwen abknallen? Ah, ich seh nix. Kamera. Goat! Headshot. So. Da kann ich nicht durchschießen. Da kann ich nicht durchschießen. Das sind eigentlich nicht mehr viele. Nein! 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 Geh wieder runter! Geh runter! Geh! Sei brav! Geh runter! Geh, da sitzt wer... Im Lagerfeuer. Okay, da sitzt wer... Im Lagerfeuer. Nein! Was machst du? Bleib doch da! Geh! Geh runter! Geh runter! Geh runter! Und... Okay Let's do this Wie viele haben wir hier noch? Nicht für viele Was denn? Das war's Echt, da hat das nicht kommen sehen Der hat mich nicht gesehen Was für ein Trottel Okay Warte, wo sind die Gefangenen? Was ist das? Ein Amulett? Steht der da? Ich kann euch den Rauch nicht sehen Was ist da? Kein nichts Warte, falls ihr gewirrt Ah, okay Oh wait, Kiste Oder? Nein, doch nicht Okay So Ist da noch einer? Nope Nope Okay Da ist doch Da ist er Und Boom Okay Bo 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 Uff 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 Ist da noch? Ist da noch? Ist da noch? Gut Ha, wer? Wer soll zum Signal rennen? Nein Ich werde es scherzen Ich werde es scherzen Boah, 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 boah. What are you doing? Got another shot for you. Oh, okay. Bin ein bisschen wahllos hier rumgelaufen. Ja, ja, du darfst gleich mit mir reden. Lass mich noch vorher schnell speichern, ja? So. Äh, speichern? Hallo? Ich würde hier gerne speichern. Oh, come on. Ich würde hier gerne speichern. Ich würde hier gerne speichern. Ich würde hier gerne sagen. Ich würde hier gerne sagen. Ich bin sehr geehrter. Ich bin sehr geehrter. Ich bin sehr geehrter. Ist das alles, was du brauchst? Ja. Meine Freunde und ich habe gesehen, dass du die Bandit aus dem Campen ausstecken. Wir sind glücklich. Sie würden uns auszulteren. Wir schrauben uns durch die Nacht, lachen. Wir sind auskast, nicht brav. Wir sind aus dem Campen. 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 Aber wir müssen zusammen bleiben, um zu überleben. Dieses Camp, das wir damals verholt haben, könnte uns nun gut helfen. Würdest du uns hier bleiben lassen? Auch wenn es in der Gesicht der Matriarchs-Lahe fliegt? Natürlich. Allerdings. Oh. Ich hatte es geglaubt, dass du das sagst. Du... Du bist eine Inspiration für uns. Danke dir. You're welcome. So. Jetzt lass mich aber bitte endlich speichern. Ja? Danke schön. Das war's für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich war ja nicht ganz so nubig. Äh. Nicht ganz so voll idiotisch, wie ich es mir gedacht habe. Äh. 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 Sorry. Und ja. Wir haben ein paar Levels dazu bekommen. Gott sei Dank. Was ist das für ein Rausch in meinem linken Kopfhörer? Und... Ich danke euch natürlich wieder fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr es liked, wenn es euch gefallen hat. Und mich abonniert, wenn ich euch gefallen habe. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's alles gut. Tschüss.